Anarchie Das Phänomen des Anarchismus Die lange Woche der Rigaer Straße Die ist heute zu Ende gegangen Und ich habe mich mit zwei Menschen Gerade hier getroffen Die da viel gemacht haben Und ich würde erst mal fragen In der Rigaer Straße und in der Lieblingsstraße Gibt es ja viele Projekte Ehemalige besetzte Häuser Wie kam es denn zu der Besetzung? Wann ist das alles passiert? Wie war es mit der Legalisierung? Könnt ihr da was erzählen darüber? Ja, also Das war ja 1990 bzw. 89 Als die Mauer fiel Es war quasi Friedrichshain komplett leer Weil ganz viele Leute Direkt erst mal in Westen Rüber gemacht haben Es hier auch vorher schon Leerstand gab Und da hat sich quasi So ein Freiraum ergeben Den halt viele West-Berliner Hausbesetzerinnen Aber auch Ost-Berliner Hausbesetzerinnen Genutzt haben Und halt hier Viele Häuser besetzt haben Ja, und zusätzlich zu diesem Vielen Leerstand Den es hier gab Gab es halt auch noch so ein So ein Vakuum an Polizei quasi Also beziehungsweise Die West-Berliner Polizei Hatte noch keine Hatte Rufe in West-Berlin Kommt Kommt nach Friedrichshain Prenzlauer Berg Mitte Besetzt hier Häuser Das ist gar kein Problem Weil die ersten Die es gemacht haben Natürlich auch nicht Alleinbleiben wollten Und Ja, dann wurde das halt Zahlreich gemacht Wie gesagt Hauptsächlich in Friedrichshain Prenzelberg Und Mitte Aber auch In Lichtenberg Zum Beispiel Ja, so kam das dann halt Zustande Dass hier Viele besetzte Häuser waren Die Häuser sind aber Jetzt nicht mehr Besetzt Die sind ja alle legalisiert Wenn ich das richtig Mitbekommen habe Wie ist denn das Gelaufen? Ja, wie ich schon Meinte Also erstmal gab es halt Quasi diesen Sommer der Anarchie Wie er auch genannt wird Also der Sommer 90 Wo es halt eigentlich Gar keine Probleme Mit Räumung gab Weil die Volkspolizei Noch zuständig war Und die Hat sich da nicht Wirklich zuständig gefühlt Beziehungsweise Das nicht als Problem gesehen Und Das ging eigentlich Dann los Mit der Räumung Der Mainzer Straße Wo es halt so Verschiedene Geschichten gibt Wie die jetzt Wie das genau gekommen ist Dass die geräumt wurde Also weil Vorher wurde halt In der Fahrstraße Ein Haus geräumt Und dann haben sich Die Straßenkämpfer Dann wurde halt irgendwie Nach Friedrichshain verlagert Und dann ist Quasi Gibt es verschiedene Versionen der Geschichte Die von der Polizei Die von den Besetzerinnen Und auch da gibt es nochmal Unterschiede bei den Besetzerinnen Wie das jetzt genau gelaufen ist Und ja Und ja Aber im Endeffekt wurde sie halt Geräumt Was ja Einer der größten In einer der größten Straßenschlachten Der Nachkriegsgeschichte Geendet ist Und Aber halt auch mit der Räumung Und Ja Also Und danach haben halt Alle anderen Häuser Tiere Schiss gekriegt Und halt quasi Versucht ihren Arsch zu retten Mit Mietverträgen Halt erstmal Gab es halt Den Plan quasi Für So einen Rahmenvertrag Für alle Häuser Zusammen Da gab es auch Den Besetzerinnenrat Aber Das hat halt nicht geklappt Die Stadt Hat halt Beziehungsweise Die WBF Die Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshain Hat halt auf Einzelverträge gepocht Also mit jedem Haus einzeln Und oder teilweise sogar Die Wohnungen dann einzeln Innerhalb der Häuser Ja Alle hatten halt halt Schiss geräumt zu werden Und ein paar sind Konsequent geblieben Und haben gesagt Wir verhandeln nicht Wir nehmen keine Mietverträge an Und die Reste haben halt Wie gesagt Versucht sich irgendwie Zu retten Und Haben das dann halt Viele gemacht Die die es nicht gemacht haben Wurden halt Größtenteils alle 96 geräumt Da kam Neuer Innensenator Jörg Schönbohm Hieß der Von der CDU So ein Hardliner Und der hat dann Alles abgeräumt Was noch über war An illegal besetzt Also Ja Und Ja wie gesagt Die die mit den Mietverträgen Hatten dann erstmal Ruhe Wurden dann aber Ende der 90er Beziehungsweise Also Naja im Laufe der Zeit halt verkauft An Privatinvestoren Oder rückübertragen An die ursprünglichen Eigentümer Weil das war ja alles Staatsbesitz Quasi In der DDR Ja Und Wie Wie Bolka Der die Regal94 95 96 Und die Liebig 14 Gekauft hat Aber auch Padovic Der die Liebig 34 Gekauft hat Aber auch im Südkiez Mehrere Häuser Also Schaden wie bei 29 Und noch ein paar andere Letztes Jahr Gab es ja schon Eine lange Nacht Der Regalstraße Dieses Jahr Gab es gleich Eine ganze Woche Nehmt die lange Woche Der Regalstraße Wie seid ihr denn Auf die Idee gekommen Das Überhaupt zu machen Also die Idee Eine lange Woche Und nicht nur Eine lange Nacht Zu organisieren Ist Hat eben aus dem Grund Des 25-jährigen Jubiläums Der Besetzung Entstanden Und Dadurch Der Wunsch Und dadurch Ist der Wunsch Entstanden Nicht nur Ein Wochenende Dieses Jubiläum Zu feiern Sondern eine ganze Woche mit Verschiedenen Veranstaltungen Zu füllen Und Diese 25 Jahre Hausbesetzung Gebühren Zu feiern Und Das auch Als Anlass Zu nehmen Hausprojekte Wieder miteinander Zu verbinden In diesem Kiez Und auch Nachbarschaft Wieder miteinander Zu verbinden Es geht ja jetzt Bei der langen Woche Nicht nur um Quasi den 25-jährigen Geburtstag Der Projekte In der Regalstraße Es geht ja automatisch Ganz viel um Gentrifizierung Und Andere Themen Wie lässt sich das so Verbinden? Die Also diese Connection Dazwischen Fanden wir halt Relativ naheliegend Also wir sind Teile von unseren Häusern Sind bedroht Also die Liebig 34 Hat nur noch Einen Pachtvertrag Bis 2018 Die Riga 490 Kann im Prinzip Jederzeit Also Räumungstitel Kriegen Oder so Also die Haben Ziemlich unsicher Alles Oder ist Teilweise Auch Quasi Besetzt Und Naja Und Allgemein Ist die Gentrifizierung Im Kiez Allgegenwärtig Und Beschäftigt Uns alle Und also Dadurch Wollten wir Das natürlich Auch irgendwie Bei diesem Jubiläum Thematisieren Und Wollten auch Allgemein Gar nicht Also Dieses Jubiläum Gar nicht so Thematisieren Sondern eigentlich halt eher Die Die politischen Inhalte Also Diese 25 Jahre Waren halt Quasi so Ein bisschen Der Anstoß Wieso Wir dachten Wir könnten Jetzt mal So was Organisieren Aber Wie wir Auch in unseren Aufrufen Geschrieben Haben Ging es Um Inhalte Als Eine Party Dass wir Jetzt 25 Jahre Also Ich meine Wir sind Ja nicht Mal Besetzt Und Was habt Ihr Da Diese Woche Alles So Organisiert Also Erstmal Haben Sich Verschiedene Hausprojekte Und Initiativen Zusammengeschlossen Das kann Man Ja Vielleicht Auch nochmal Sagen Dass Es Die Liebig 34 Die Riga 94 Samer Der Fischladen Die Riga 78 Und Auch das Hausprojekt In der Vogtstraße Die Vogt 36 An den Planungen Beteiligt Haben Und Dann Ein Großes Und Vielfältiges Programm Aufgestellt Wurde Das Von Workshops Über Filmfest Bis Zu Einer Ausstellung Fotoausstellung Über die Geschichte Der Riga Straße Hin Zu Eben Dem Umsonst Flohmarkt Am Mittwoch Mit Siebdruckstand Und Kollektiven Kartieren Außerdem Gab Es Noch Konzerte Infostände Am Samstag Und Heute Also Am Sonntag Den Großen Brunch Und Ein Alley Cat Das Durch den Regal Kiez Stattfinden Soll Was Denkt Ihr Wie gut Es Angekommen Ist Bei den Leuten Die Hier Drum Rum Wohnen Hat Man Davon Was Mitbekommen Also Mitbekommen Auf Jeden Fall Angekommen Würde Ich Sagen Unterschiedlich Also Ich Kann Mir Vorstellen Also Zum Beispiel Der Umsonst Flohmarkt Relativ Gut Angekommen Ist Den Gab Es Allerdings Leider Nur Ein Bisschen Über Eine Stunde Oder So Und Und Ja Also Der Wurde Direkt Von Bullen Abgeräumt Und Das War Eigentlich Auch Recht Schade Weil Das Hat Auch So Ein Bisschen Unser Hoffnung War Um Mit Nachbarinnen Kontakt Zu Komm So So Dachten Das Ist So Ein Offener Rahmen So Ein Umsonst Flohmarkt Mit Diesen Kollektiven Kartieren Wo Eine Große Karte War Wo Man Eintragen Konnte Wo Gibt Es Verdrängung Im Kiez Wo Werden Gerade Häuser Entmietet Wo Wird Gerade Teuer Neugebaut Und So weiter Um Das Sichtbar Zu Machen Und Das Hat Irgendwie Ziemlich Unterbunden Wurde Von Brühen Von Daher Ich Glaube Es Gab Weniger Kontakt Mit Nachbarn Als Wir Uns Erwünscht Haben Aber Halt Ein Bisschen Und Und Abends Keine Ahnung Also Ich kann Mir Auch Vorstellen Dass Der Ein Oder Die Ein Oder Anderen Nachbarin Halt Ziemlich Angepisst Auch Von Gewissen Sachen War Also Wenn Die ganze Woche Nacht Übelst Laut War Keine Ahnung Aber Im Prinzip Wenn Nachbarinnen Zu Uns Gekommen Sind Was Nicht So Viel Passiert Ist Wegen Irgendwie Krach Oder so Sind Wir Auf jeden Fall Auch Darauf Eingegangen Oder So Andererseits Ich meine Leute Die Hier In Dem Kiez Wohnen Sind Halt Auch Schon Ein Bisschen Sowas Gewöhnt Und Und Die Die Hier Lange Wohnen Haben Da Kein Problem Mit Die Die Jetzt Zum Beispiel Da Bei Bambiland Hingezogen Sind Was So Ein Neubau Areal Ist So Hochpreisiges Die Werden Das Wahrscheinlich Nicht So Toll Gewonnen Haben Aber Bei Gewissen Leuten Ist Das Auch Ein Bisschen Egal Also Ich Denke Auch Dass Durch Die Feuerige Hetze Auch In der Presse Dass Chaoten Jetzt Eine Aktionswoche Planen Würden Und So Begriffe Wie Linksextreme Gewalt Sehr viel Damit Um sich Geschmissen Wurde Wahrscheinlich Auch Noch Viele Leute Davon Mitbekommen Haben Wir Haben Versucht Durch Eigene Briefe Auch An Die NachbarInnen Eine eigene Öffentlichkeit Für Uns zu Schaffen Und Die Von unserer Seite Zu Informieren Darauf Wir Haben Auch Eine Sehr Positive Rückmeldung Bekommen Es Wurde Ja Auch Im Internet Ein Soli Statement Veröffentlicht Von NachbarInnen Aus der Rieger Straße Eine 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 Positive Rückmeldung Die Wir Auf Die Lange Woche Bekommen Haben Bullen Repression Habt ihr Jetzt Schon Selber Angesprochen Was Ist Denn Da In der Woche Passiert Und Wie Habt ihr Darauf reagiert Also Die Bullen Waren Von Anfang An Sehr Präsent Man Hat Das Auch Schon In Wochen Vor Dem Start Der Langen Woche Gemerkt Dass Sie Viel Mehr Im Kiez Unterwegs Waren Dass Viele Waren Ständig Patrouilliert Haben Dass Der Hubschrauber Öfters Vorher In der Luft War Und Der Erste Höhepunkt Quasi Der Bullen Repression War Dann Am Mittwoch Während Des Umsonst Flohmarktes Der Sehr Eine Super Gute Stimmung Hatte Und Sehr Entspannt War Und Viele Verschiedene Leute Zusammen Gebracht Hat Und Die Bullen Nach Einer Stunde Circa Vorbeigekommen Sind Und Mit Massiver Gewalt Den Umsonst Flohmarkt Abgeräumt Haben Tische Beschlagnahmt Haben Die Gleich Eingeräumt Und Weggefahren Haben Auf Leute Eingeprügelt Und Auch Alle Anwesenden Leute Abgefilmt Haben Und Das war so der Erste Höhepunkt Eben Der Gewalt Der Bullen Auf Woraufhin Dann Eine Demo Ausgerufen Wurde Die Für Freitag 21 Uhr Am Dorfplatz Mobilisiert Wurde Um Sich Eben Gegen Den Also Unter dem Motto Bullenterror Gegen Bullenterror Und Verdrängung Wenden Sollte Ich wollte nur noch Ergänzen Dass Wir Relativ Erstaunt Waren Dass Sie Montag Und Dienstag Noch Zurück Gehalten Haben Also Halt Immer Präsent Waren Was Halt Auch Schon Eine Art Provokation Ist Wannen Rieger Rauf Und Runter Gefahren Sind Aber Da Halt Auch Abends Ziemlich Quasi Ziemlich Laut Auf der Straße War Die Straße Auch Teilweise Nicht Befahrbar War Und Ziemlich Viele Leute Auf der Straße Und Dann Bei sowas Friedlichen Wie dem Umsomst Flohmarkt Gehen Sie Haben Ihnen das Am Gefährlichsten Vor Nicht Dass Die Noch Mit Nachbarn Reden Das Einzige Wo sie Sich Auch Noch Relativ Zurück Gehalten Haben War Dann Donnerstag Der Skate Jam Wo Leute Sich Sachen Zum Transkaten Gebaut Haben Und Auf dem Dorfplatz Riga Straße Ecke Liebistraße Geskated Sind Und Auch Die Straße Dafür Eingenommen Haben Und Da Sind Sie Irgendwann Angekommen Haben Ein paar Von diesen Geräten Geklaut Wortlos Nicht Sonst Weiter Gesagt Und Haben Sich Damit Wieder Abgehauen Und Während Sie Noch Weg Gegangen Sind Haben Leute Wieder Neue Sachen Auf die Straße gestellt Und Konnten Da Durchskaten Bis Spätabends Die Sind Nicht Einmal Mal Wieder Gekommen Einmal Ist Noch Eine Wanne Vorbeigefahren Das War Es Aber Und Ab Freitag Wurde Es Richtig Anstrengend Und Auch Richtig Ätzend Für Uns Also Insgesamt Kann Man Feststellen Dass Die Bullen Und Auch Die Politik Wohl Ziemlich Angepisst Davon Waren Dass Die Lange Woche Bedeutet Dass Oder Bedeutet Hat Dass Eine Woche Lang Ein Nicht Angemeldetes Straßenfest Auch Teilweise Statt Findet Also Das Hat Man Schon Deutlich Gemerkt Dass Es Denen Nicht Gefallen Hat Dass Wir Uns Da Keine Erlaubnis Holen Wollten Sondern Das Einfach Ohne Staatliche Kontrolle Durchziehen Wollten Und Auch Die Message Die Wir Damit Ganz Klar Zeigen Wollten Wir Nehmen Uns Die Straße Wenn Wir Wollen Und Wenn Wir Sie Brauchen Und Wir Organisieren Uns Unter Uns Und Wir brauchen Euch Bullen Ordnungsamt Staatliche Kontrolle Wir Brauchen Euch Nicht Um Uns Gemeinsam Zu Vernetzen Um Uns zu Treffen Um Verschiedene Sachen Zusammen Zu Organisieren Samstag War Für mich Der Höhepunkt Der Repression Wo Sie Alles Im Keim Erstickt Haben Wo es Infostände Geben Sollte Und So Irgendwann Haben Sie Am Anfang Haben So Irgendwie Rum Gestresst Weil ein Pavillon Aufgebaut werden Sollte Dann Sollte Der Tisch Weg Und Später War Es Dann Sobald Ein Stuhl Irgendwo Vor Irgendeinem Hauseingang Stand Wurde Konfisziert Und Von dem Bullen Mitgenommen Und Das war Super Ätzend Und auch Schwer Sich Dagegen Zu Wehren Weil Samstag Auch Wieder Erwarten Wir hatten Gedacht Dass Samstag Relativ Viele Wir Halt So Einfach Nicht Die Möglichkeiten Hatten Uns Die Straße Zunehmen Wie Wir Uns Das Vorgestellt Haben Andererseits Waren Wir Total Überrascht Wie Viele Leute Zum Beispiel Die Woche Über Da Waren Also Das War Einfach Viel Viel Mehr Als Am Samstag Zum Montag Dienstag Letzte Frage Habt ihr Vor Das Nächstes Jahr Hier zu Machen Oder Gibt Es Nächstes Jahr Zwei Wochen Also Ein Ziel Der Gesamten Organisation Der langen Woche War Mit Auch Eine Größere Vernetzung Der Projekte Das Rund Um Die Regerstraße Zu Erreichen Ich Würde Positiv Auf Nächstes Jahr Schauen Und Mal Gucken Was sich Nächstes Jahr Organisieren Lässt Wie Auch Die Vernetzung Zwischen Den Projekten Weiter Geht Also Ich Bin Gegen Eine Woche Es War Auf jeden Fall Echt Eine Sehr Anstrengende Woche Also Auch Vieles War Sehr Schön Aber Eine Woche Sowas Durchzuziehen Erfordert Schon Einiges An Kraft Und Ja Also Ich Glaube Ich Würde Ein Wochenende Bevorzugen Aber Mal Schauen